So, ich darf Ihnen jetzt unser nächstes Talent präsentieren. Ein Mann, der zwei besondere Fähigkeiten miteinander vereint und diese beiden in einem Ihnen jetzt hier präsentieren möchte. Begrüßen Sie bitte Dennis Volk. Aus Achim bei Bremen, was wirst du tun? Ich werde ein bisschen Klavier spielen. Ich sprach von zwei Fähigkeiten. Ja, genau. Die zweite Fähigkeit ist das, was mein Papa sich früher immer gewünscht hat. Meiner Mutter habe ich ja den Wunsch des Klavierspielens erfüllt und für meinen Papa bin ich zum Turnverein gegangen. Und heute will ich beiden eine besondere Freude machen und beides kombinieren. Ich bin mehr gespannt als je zuvor und wünsche Ihnen jetzt ganz viel Spaß. Du machst dich bereit, auch für Dennis genau eine Minute dreißig. Meine Damen und Herren, unser zweites Talent am heutigen Abend, unser Tastenakrobat Dennis Volk. Haben Sie viel Spaß. Hier ist er, eine Minute dreißig. Die Zeit läuft. Die Zeit ist er, eine Minute dreißig. Die Zeit ist er, eine Minute dreißig. Die Zeit ist er, eine Minute dreißig. Das Talent, das Dennis hier präsentiert hat. Sie haben jetzt die Chance, meine Damen und Herren. Wir begrüßen gleich die wunderbare Janine Kunze bei uns. Sie wissen, da ist Spaß garantiert. Sie haben jetzt jedoch noch mal die Chance, ein schickes Auto zu gewinnen. Sie brauchen nur folgende Frage richtig beantworten. Worauf spielt unser Tastenakrobat? A, auf einer Fliege oder B, auf einem Flügel? Ich helfe Ihnen nicht. 01379-448844. Ich drücke Ihnen die Daumen, vielleicht gehört das Auto am Ende der Show ja schon Ihnen. Und Dennis, sehen wir im Finale wieder. Also bis gleich, dann mit Janine. Dankeschön. Wenn Sie diese Frage richtig beantworten, kann dieser Alpha 159 Sportwagon im Wert von über 31.000 Euro vielleicht heute Abend schon Ihnen gehören. Ein sparsamer 1,9 Liter Diesel mit Platz für die ganze Familie. Die sportliche Mischung aus italienischem Design, Komfort und Sicherheit. Rufen Sie jetzt an 01379-448844.